Wir sind nicht ganz safe... Wer mit ner Wechsel hat das jetzt? Au 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 Au! What? Ja ist klar... Von der Schule oben oder was? Nee die kommen hin, die rushen uns... Wie sind die zwei Hände die Justen? Ich muss einmal die jetzt usen... Ich habe einmal den rechts getroffen... Alter... ich treffe die nicht... Muss ja nicht... Sind die jetzt beide bei euch? So... Hinein habe ich ausgenockt... Ja den habe ich noch geschossen... Wo ist der andere? Der ist in dem roten Haus... Süden... Er pusht... Ist das auch noch drauf? Einer steht noch... Ich sehe ihn... Hab ihn... Hab sie... Ne den habe ich... Oh ich habe zwei Kills irgendwo... Ja du hast... Den den ich gedownt habe... Hast du noch gekillt... Du Sack... Ne ich habe auf den hinten der Stand geschossen... Ja den habe ich aber gek... Achso... Na gut dann hast du den Kill da gekriegt... Hier ist ein Level 3 Rucksack drin... Bei dem Boy hier... Ja... 3,30... Unten an der Straße... Auf welche Höhe ungefähr... Ich habe ein 8er Scoop... Ähm... Da unten... Nordwesten jetzt... Ähm... Rechts von der Straße... Zwei Stück... Drei Stück... Zwei am Haus... Einer steht Open Field... Einer steht Open Field... Ich brauche da eigentlich nicht schießen... Ich treffe den nicht mit... Mh... Hast du gerade geschossen? Wenn der stehen bleibt kann ich schießen... Die schießen auch auf den... Ich habe ihn einmal getroffen... Hab ihn... Hab den anderen auch gehittet... Ähm... Auf 30 Grad sind auch... Ist auch ein Team... An den Häusern... Die kriegen sich gerade heftig man... Alter... Der eine braucht nur noch einen Hit... Er weiß nicht von wo es kommt... Warte fuck... Ich sehe den nicht mehr... Den einzelnen... Was sind das jetzt? Alter... Wie viel Glück hat der denn? Ich habe den schon dreimal gehittet... Okay... Der sitzt jetzt... Lass mal die Bergkette weitergehen... Hab einen ausgenockt... Nice... Wo? Hört bei... Immer noch bei dem Haus... Das da unten? Ähm... Der unten... Franky... Auf 15 Grad... Das Gebüsch... Das einzige Gebüsch... Das da steht... Auf 15 Grad... 14 Grad... Da liegt einer drinnen... Mitten im Gebüsch... Hinten? Das erste... Das allererste... Siehst du... Da dreht sich da rum... Äh... Bei den vier Häusern... Im Norden... Ne... Nordosten... Da ist auch noch einer... Das... Ganzes Team... Leider... Da hat sich noch was bewegt... Bei dem einzelnen Haus... Was eingezogen ist... Jaja... Da... Da sind ja zwei... Einen hatte ich davon ausgenockt... Das ist ein bisschen rechts... Weil die müssen ja nach rechts laufen... Weil ansonsten haben wir es soweit zu sagen... Und ich will hier... Ein bisschen sehen können... Ob was kommt... So... Die pushen... Die beiden jetzt vom Haus? Ich seh's... Das sind drei sogar... Das sind vier... Ich hab einen ausgenockt... Oh mein Gott... Siehst noch einer... Vom Haus jetzt... Geht den... Der daunt ist... Versuch's... Dann kriegen wir nicht mehr... Ne... Ne... Müsst nie move'n... Mit der AK aus der Entfernung... Ist halt auch nicht gerade so berauschend... Hallo... Ich hab mit dem Zweierscope auf sie geschossen... Das war nicht so geil... Ich hab doch schon das ein oder andere mal den Arsch gerettet... Sogar... Das Haus ist gut... Das Haus ist schön... Ich hab ja Drecklitz gemacht... Alter... Die Kirche... Oh mein Gott... Frying Pan save me... Du hast wenigst ne Frying Pan... Mhm... Die Crate, ne... Ja... Hoffen wir, dass die Leute jetzt durch die Crate abgelenkt sind... Bisschen... Ich... Nicht unbedingt in unsere Richtung gucken gerade... Hier ist 556 unten noch Leute... Ist ungemutet... Juckt's aber auch richtig hart man, oder? Ach du Kacke... Guck mal wo die nächste Zone hingeht... Ja das ist durch Pujinkie... Da! Spieler! Beim blauen Dutch, ja... Hab ihn ausgenockt... Ist das noch ein zweiter? Hab den... Ne... Warte mal... Wo ist er denn? Da hin... Hab ihn ausgenockt... Fahrzeug nach Westen... Ich weiß nicht wo der zweite ist... Irgendeiner snipet auf mich... Alter was... Mir snipet irgendeiner von sonst wo auf mich... Ich hab zwei Kills... Also... Ja... Einer ist tot auf jeden Fall... Wo? Ja das ist von dahin... Aus dem Feld aber... Ja... Die einen sind tot die wir gedownt haben... Glaub ich seh ihn... Wo? Na ja ich weiß nicht... Wir müssen eigentlich laufen... Und zwar durch die Stadt ne... Ja... Lass mal Westen... Lass mal Westen runter... Was? Wie... Wie konnte er mich jetzt sehen? Ja... Ich hau jetzt hier ab ne... Ja... Ich muss mich nur heilen... Ich kann ja sonst vielleicht loslaufen... Der ersprungen war zu weit... Ich guck mal... Fuckin zu weit... Na... Hier spiel ich jetzt den Bait... Ich hab jetzt übrigens... Nur noch Verbänder zum heilen... Ich trau dir mit... Achso bis dahinten... Ah ja... Am Zonenrand schafft ihr das nicht... Ne? Ich wollte nur nicht vorne... Ich will ja nicht ganz hinten laufen... Aber ganz vorne wollte ich noch auch nicht... Oh mein Gott... Wie sonst hier... Hier schießen noch welche... Auf unserer Höhe... Hau... Hier ist einer links... Hinter dem Haus... Fuck... Der hat mich gesehen... Von rechts... Ich glaub das war von rechts... Vorsicht... Oh Franky da kann man... Ja genau... Perfekt... Oder... Immer oder weniger perfekt... Ich hab einen... Nice... Sehr schön... Habt ihr mehr Zeug? Ja... Nein... Ich nicht mehr... Dann komm zu mir... Woah... Hier rechts ist einer... Irgendwo... Ich... Ich dropp dir hier mal eins... Ich muss mich erst halten... Bevor ich zu dir komm... Wo ist der denn? Ich weiß es nicht... Der schießt jedes Mal gleich... Aber ich seh ihn nicht... Hast du's? Nein, noch nicht... Ich nehm's gleich... Ich nehm grad einen Booster... Schnell... Danach nehm ich das Medikit... Danke... Ich versuch mich erst mal mit Boostern und Verbänden schnell hoch zu heilen... Hm... Um erst mir die Ketten mal aufzusparen... Ich hab halt keine Ahnung wo der da hockt... Irgendwo muss da auch einer noch in Südwesten Süden sitzen... Der Punkt ist, wo laufen wir hin? Der Traktor da vorne im Südosten ist safe, ne? Das kleine Häuschen auch da vorne... Und da hab ich den auch getötet... Okay, jetzt wollte du diesem Haus... Äh, Südosten hin... Die Frage ist, was ist da noch alles in diesem Scheiß Feld, ne? Mein Gott... Wird da die das... Rechts von uns... Ich seh einen... Den hol ich mir jetzt auch... Wir müssen... Okay... Genau... Sein Mate ist hinten... Fuck, jetzt ist er über die Kante gelaufen... Das sind noch zwei... Zwei... Einer... Ein... Habt ihr sie? Links... Zwei Vitali... Ich hab eine ausgenommen... Das sind drei oder vier... Das sind vier... Pass auf... Geht's an rechts... Sind die... Sind die rechts noch? Ja... Ich hab zwei... Ich hab Kills bekommen... Für die links... Ja... Sind wir jetzt echt zurück an dem Scheiß... Ich hab mich hier im Acker hingehockt... Na schade, dass wir die rechts nicht alle erwischt haben... Und die links auch nicht... Okay, der hat nicht auf mich geschossen... Er hat auf mich geschossen... Er hat auf mich geschossen... Der Fitterli geballert... Ja... Ich hock hier aber nur ein Stück daneben im Acker, ne? Und die Schüsse sind nicht weit von mir eingeschlagen... Auch... Ich hab keinen... Die sind beim Turm da, ne? Ja... Sollen sie sich battlen... Ich hab Angst vor denen rechts... Wenn ich rüber... Der Traktor wird safe sein da vorne... Ja... Dann komm... Wir kommen wieder zurück zu euch... Ich smoke das... Bei 10... Wow... Ich wurde von rechts angeschossen... Wie kann das sein? Ja... Da sind doch die anderen... Ja... Ich war eigentlich so, dass du mich nicht da anschießen konntest... Hm... Kannst du smoken? Smoke auch... Da im Traktor sind welche gleich, ne? Ist... Da! Ich seh einen rechts davon... Ich pushe die jetzt... Da ist noch einer... Wie geht das? Es sind immer noch zwei... Hinlegen... Drunter schießen... Die sind down... Wie kommt sie dir? Fuck... Ich lieg ja kacke... Ey das eine... Den einen hinten rechts... Hab ich auch... Mindestens dreimal getroffen... Ihr habt den mehrmals getroffen... Und der ist nicht umgefallen... Die sind drüben halt jetzt in der Pampa, ne? Das... Das ist nur einer... Das ist nur ein einziger... Ja... Wir sind zusammen vielleicht auch noch einer... Aber... Ich hab noch eins... First Equip von dir über dich... Ich droppe euch auch noch eins... Jungs... Kommt mal ran... Ja... Ich hab eins getroppt... Ich hab noch hier von den anderen Jungs... Grad noch was aufgehoben... Falls noch einer was braucht... Nein... Der liegt... Der liegt im Acker... Ich renne vor... Ja... Jetzt... Ok... Jaja... Passt, passt, passt... Er... Wo? Der war direkt rechts neben mir... Im Acker... Ich hab mich hingehockt... Und hab einmal mit Dauerfeuer drauf gehalten... Nice... Und war er AFK? Ja... Kein Grund meine Statistik nicht zu pimpen... Ich hab nur einen gesehen aus dem Buggy... Wald weit entfernt... Das konnte ich jetzt so gut nicht erkennen... Ungefähr da? Ja... Wo ich markiert hab... Genau... Da hab ich grad einen aus dem Buggy springen sehen... Und ins Haus rein... Aha... Ja... Und kommt auf mich zu gerannt... Zwei... Hat... Hat... Hat mich jetzt... Hat mich jetzt glaub ich gesehen... Der hat... Hinten hat's hingelegt... Einer ist im Wachtturm... Der schickt der Bauch auf die Boys... In Süden waren welche... Am Fenster hier vorne... In dem linken Haus... Ich hab ihn... Da laufen alle hin... Oh... Munition... Hilft nix... Ne... Das ist nicht im Bad... Ah... Ihr habt den gekillt... Das ist ja ne Kiste... Hat einer von euch ne AK? Nein... Brauchst du 7,62mm oder was? Ne... Ich hab hier welche gefunden... Ich nehm... Ich hab jetzt... Flieger... Oh mein Gott... Wollen wir? Ja... Scheiße... Also in der Base... Ja gut... Das ist denn Kacke... Ihr könntest uns ja abladen hier... Das ist noch ein Stück... Ich könnte euch am Zaun vorne abladen... Hm... Hier habt ihr keine Wahl... Du kommst hier aber nicht rauf oder? Ja... Raus... Noch ein Auto... Hinter uns... Ja... Hab einen ausgenockt... Einer ist tot... Zweiter ist ausgenockt... Fahrer... Ja... Der hat einen wieder aufgehoben... Zwei waren eigentlich schon ausgenockt... Ah ok... So kann man's auch machen Tim... Ja... Was sagt die Kiste? Ist die schon unten oder was? Oh... My fucking god... AWM? Nein... Ich fühl mich... Mein Gott... Bitte nicht... Leute... Gib mir das... 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 Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht bewegen... Ich bug... Irgendwie... Jetzt... Darf ich jetzt? Gib mal die Muni mit hier... Der haut ab... Hm... Ich würd noch gern mal hier hinten gucken... Falls euch das nix ausmacht... Naja... Die Zone ist da ne... Das Ding ist nicht safe dort unten... Ja... Spieler... Doch... Spieler 120... 120... Ich seh's... Ich seh's... Hab ihn getroffen... Nice... Die sind getötet... Das... Das war genau zwei Hits... Einmal von der K... Und dann von der AWM... Hm... Arme Schwein... Da ist der Dax... Ja... Der Orange... Hm... Also da... Ne... Ich hab den alles selber gesehen... Ich nicht... Und meine Position gefällt mir... Ne... Es geht so... Von... Bei mir kann mich jetzt eigentlich von keiner... Keiner Seite einlassen... Oder oben... Da oben von dem Turm kommen wir jetzt schon runter... Äh... Ich seh sie ja... Ich seh sie... Gerade sind da oben... Ich seh's auch... Das... Genau... Eine ausgenommen... Die sind safe da oben... Ihr wollt mich ja wohl verkackeiern... Wow... Das sind nicht die oben... Wärt ihr beschossen oder was? Ja... Ich werde beschossen... Naja... Es kommt von unten irgendwo... Hm... Ich renn grad zu Tim... Da ist auch ein Norden... Ich seh sie da hinten... Ich hab Bündungsfeuer gesehen... Die kommen runter... Bei euch... Nördlich... Gehen sie runter... Ne... Ich seh sie nicht... Also... Von euch jetzt nördlich... quasi... Ah ok... Jedenfalls... Einen hab ich da runter... Purzeln sehen... Sehen jetzt aber auch nicht... Wird beschossen... Von rechts... Da oben... Ja ja... Das sind... Das sind die... Und da glaub ich... Noch von vorhin... Ah jetzt werden... Jetzt werden die glaub ich... Beschossen... Tim? Oh ja... Die battlen sich da... Ordentlich... Ja... Outside-Playzone... Outside-Playzone... Ja... Ja gut... Das passiert halt... Wenn du nicht auf die Zone aufpasst... Ne... Hast du... Jaja... Ich hab dabei... Ich mach gleich... Müssen wir aber verdammt vorsichtig... Äh... Spieler... 300 bei den Häusern... Genau vor uns... An dem Zaun... Kommt der her oder bleibt der da? Der ist am Zaun... Der steht genau am Zaun... Der bewegt mich halt nicht... Knocked out... Hab gesehen... Scheiße... Jetzt sind sie weiter nach links... Da war noch einer... Guck rechts bisschen... Ich wollte die naden... Aber da muss ich echt weit vor... Die müssen raus... Die äh... Die äh... Sohn ist nämlich über den... Da müssen noch mehr sein, ne? Ja... Ja... Also zwei hab ich auf jeden Fall gesehen... Mach weiter... Links... Ach... Da im Nordosten müssen eigentlich welche sein... Die... Die eingesnackt haben... Ja... Naja... Die haben sich... Glaub ich gegenseitig gekillt... Außerhalb der Sohn... Nein... Nein... Von hinten... Von hinten... Ich weiß nicht... Mach weiter... Links... Das kuriose war... Dass wir an denen genau vorbeigerannt sind... Ja... Der saß in irgendeinem Scheißbursch... Mann... Die Frying Pan hat mir zum Glück noch Zeit verschafft... Ey... Hier ist nichts, ne? Hm... Ja gut... Links müsste ja safe sein... Sprich... Die müssen irgendwo hier im Westen sein... Also... Hoffe ich mal... Ey... Die müssen doch... Sich alle auf dem kleinen... Ende da verkrümeln... Oder was... Fünf Leute... Vier... Ne... Fünf... Ja... Hier rechts oben ist auch nichts... So wirklich... Das weißt du nicht... Also ich seh... Ja... Ich bin noch ein ganzes Ende hochgegangen... Also klar... Es können dann noch welche sein... Das ist... Krabbeln im Gras, Beuys... Ja... Wo? Hinter uns irgendwo, Alter... Ich seh den nicht... Wir müssen nur schießen... Ball gedämpft... Auf jeden Fall... Also ich habe eben... Also ich glaube... Zwei Leute habe ich im Gras gesehen... Ungefähr... Bei 300 Grad... Weil ich habe gepiekt... Und der eine hat mich abgeschossen... Der war am Baum... Ja... Aus der Richtung kamen auch die Schüsse... Der war... Der war... Nein... An den Stein... Stein... Stein 195... Einer ausgenockt... Ist tot? Sehr schön... Aber da war noch einer... Aber einer... Rechts oder links? Also Süden oder... Nordwesten? Der... Der war bei 255 am Baum... Vorsicht Vitali... Hinter dem Stein, ne? Rechts... Ich seh welche Moven... Auf 300... Äh... 285... Links Vitali, ne? Nice... Das hast du gut gemacht... Da ist einer... Am Baum... 300... Ach... Ich seh ihn nicht mehr... Good Job... Nice... Starkes Ding Jungs... Hat er gut gemacht... Den... Hör... Scheiße... Das ist der Fall meins am Problem... Im können... Das war... Keine... Das war's.